Hey everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Traumfänger. Ja Freunde, es wird immer verzwickter, immer verstrickter und immer unheimlicher. Und da ist auch dieses Ticken wieder. Tja, wir finden immer weitere Hinweise und Rätsel von unserer Mutter, der von Thomas' Mutter. Und haben auch jetzt schon wieder einen weiteren Zettel in einer Uhr gefunden. Mit einem Code drauf, 1432, wenn ich es noch richtig weiß. Die Frage ist, was tun wir damit? Mr. Frank, hallo. Hallo, sind Sie da? Warum kommt dieser Text jetzt? Scheint nicht da zu sein. Ähm, er ist genau hier, Thomas. Ich sollte ihn mal nicht stören. Also an manchen Stellen, muss ich echt sagen, hat, glaubt, der Programmierer genauso geschlafen wie Mr. Frank hier gerade. Nichts für ungut, aber das müsst ihr jetzt zugeben. So, wir gehen wieder und fahren nach Hause. Ach, vatersalte Kiste. Mit Skizzen von dem Haus hier, darunter Fotos und Blaupausen. Vielleicht finde ich unter den Blaupausen ja einen weiteren Hinweis. Hm. Welcher Stock könnte das sein? Ist das der untere? Welches Zimmer ist das? Sie ist nicht beschriftet und was ist das für ein Kasten in der Mitte? Vielleicht ein Hinweis. Schauen wir doch mal drauf. Was könnte das sein? Seltsam. Ist das vielleicht das hier umgekehrt? Nein. Das wäre zu einfach. Aber wir schauen doch mal, wie es unserem Vater geht. Denn wir sind ein gewissenhafter Mann. Ein gewissenhafter Sohn. Zumindest hoffe ich, dass Vater unverändert. Öffnen. Ja, Freund, ich weiß, ich mache das jetzt jedes Mal, aber man kann nie wissen. Es könnte ja trotzdem auch irgendwas Neues da drin sein. Speichernschnall. Leer. Wo geht es hier jetzt weiter? Und was hat da dieser Hinweis damit zu tun? Gehen wir nochmal ins Arbeitszimmer. Das haben wir schon gelöst. Es geht um die Uhr. Und das haben wir jetzt schon gelöst, Thomas. So, aber wofür? Wofür ist dieser Code? Ich habe nichts... Hm. Ich habe nichts irgendwie Dresormäßiges im Haus entdeckt bis jetzt. Sollen wir irgendjemandem anrufen? Achso, Liam Mortensen. Ich werde Ihnen heute Abend mal einen Besuch abstatten. Tja, auch etwas seltsam finde ich. Einen Fremden, den man vielleicht nicht unbedingt könnte, einzuladen, dann aus. Aber nun gut. Leer. Okay, jetzt ist der Schrank wieder nicht öffnenbar. Öffnen. Ich wette, irgendwann ist in der Schublade auch was. Oder war da schon was drin? Ich kann mich gerade leider nicht mehr ganz genau dran erinnern. Nun ja. Wir sind wieder auf... Suche. Well. Ich habe einen Geheimgang gefunden, Freunde. Das war wohl so nicht vorgesehen. Gehen wir doch mal hier rein. Hm. Was ist das für ein Zimmer? Ich komme nicht drauf. Man kann ja auch mit nichts interagieren gerade. Nichts, das uns voranbringen würde vor allem. Ja, ich weiß. Sieht nicht allzu toll aus. Wir müssen finden, wo es weitergeht. So viel steht fest. Und hier unten gibt es nichts für uns. Vorerst. Badezimmer. Jetzt ist die Animation, die da oben seid. Ja, drüber war auch nicht mehr da. Was auch immer sie vorher gewesen sein soll. Ich weiß es nicht. Natürlich. Eine hohle Stelle in der Wand. Vielleicht ist hier der Hinweis von dem Zettel. Ich wusste gar nicht, dass hier jemals eine hohle Stelle in der Wand war. Wand auftreten? Jupp. Feste drauf. Ein Tresor. Seit wann ist denn hinter der Wand ein Tresor? Großvater muss ihn damals mit eingebaut haben. Nach dem großen Brand. Das Haus sollte damals von Brandstiftern angezündet worden sein. Und nachdem mein Großvater es wieder aufgebaut hatte, muss er diesen Tresor mit eingebaut haben. Aber ein Badezimmer? Was ist darin? Dafür werden wir jetzt vermutlich den Code brauchen. So. Finde mich. Eins, drei, vier, zwei. Versuchen wir einfach mal das hier. Eins, ups, noch mal zurück. So. Eins, drei, vier, zwei. Scheint nichts zu passieren. Vielleicht auch die Zettel dazwischen. Also zwei. Zwei. Drei. Das ist doch eine Vier, oder? Vielleicht, ähm, drei. Also von runter. Drei, zwei. Also. Zwo, drei. Hm. Aber das sind so wenig Stellen. Hm. Komisch. Zwei, drei. Und jetzt. Drei. Noch mal drei. Das kann eigentlich nicht sein. Scheint nichts zu passieren. Lasst mich mal kurz nachdenken, Freunde. Wie dieses Rätsel hier funktionieren könnte. Geh, finde mich. Wir haben dieses in diesem, was hier für den Code. Die Frage ist, was ist der Code? Also sind nicht die Zahlen an sich? Es könnte, also die Zwischenruhe machen auch keinen Sinn, denn wir haben fünf und wir brauchen nur vier Stellen. Können dann vielleicht die Reihenfolge auch gemeint sein? Zwischenruhe eins, dann unten, zwei, dann drei, dann da vier. Das ist auch nicht viel Sinn, meine Meinung nach. Meine Kollegen. Und so freut mich jetzt mit der Unterricht, mach ich keinen Cut. Das macht Spaß, das ist ganz ungerätseln hier. Keine Sorge. Ich würde mir auch nicht umgegangen werden, jetzt mal zuschauen, das ist die ganze Zeit. Keine Sorge. Finde mich. Von nahm will ich. Ich frage jetzt nur, welcher kommt es jetzt sein soll. Eins, zwei. Das ist einfach mal blöd. Eins, zwei, drei, vier. Eins. Ich glaube, das ist erst dann zwei. Zwei. Ups. Zwei. So. Das ist halt unten. Was könnte das denn dann sein? Das sind zwei Stellen. Sag mal, gehen wir mal hier an den Gang. Es ist eine fortlaufende Nummer, was du aufzumierst. Und es ist nicht noch die Versumme. Das heißt, zwei, drei, vier, drei, vier, 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 sieben. So. Sieben. Ich möchte das Ganze ja eigentlich ersparen, dieses Rumpel-Rätsel. Vielleicht habe ich auch alles schon rausgeschnitten. Ihr kriegt das gerade nicht mehr mal zu hören, was ich hier gerade von mir gebe. Ja. Dieses Rätsel haben wir schon gelöst. Das Ballzimmer. Schon sieht wirklich aus. Das Ballzimmer. Relativ schlabig. Oder so. Vielleicht ist nichts. Mach nicht so die Zelle. Wasser. Was geht? Komm jetzt. Nur die Bibel. Ach, jetzt habe ich das verstanden. Der macht die Schubladen nacheinander auf und am Schluss wieder zu. Okay. Bisschen unersichtlich fand ich. Ich entschuldige mich dafür bei Neverdreams. Tut mir wirklich leid. Ich bin ein Idiot. Ich habe ihn nicht beschissen, Freunde. Doch habe ich leider, weil ich absolut nicht ums Verrecken draufgekommen wäre, wie das Ganze geht. Falls ihr die Lösung habt, rekonstruiert es mir bitte. Ich habe keine Ahnung, wie man drauf kommen soll. Eins, sieben, drei, sechs. Nur einige Unterlagen und ein paar Zettel. Aber hier liegt eine Schachtel. Ein Schlüssel. Noch ein Schlüssel. In einem Schildrand. Darauf steht die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Was hat das denn zu bedeuten? Wofür ist der Schlüssel? Er sieht sehr alt aus. Seltsam. Da liegt ein kleines Büchlein. Scheint eine Art Notizheft zu sein. Der Wecker. 1820. Ist der Wecker so alt? Vielleicht ist in dem Wecker noch etwas. Ich sollte noch mal zu Mr. Frank gehen, wenn er repariert ist. Wir speichern wieder ab. Und machen uns auf den Weg zu Mr. Frank. Da aber zunächst schauen wir doch mal, wer uns anruft. Hallo? Hier ist Liam Mortensen. Wenn Sie jetzt nichts vorhaben, hätte ich jetzt Zeit für Sie. Ja wunderbar. Ich mache mich sofort auf den Weg. Gut. Planänderung. Wir gehen zu Liam Mortensen. Hallo Thomas. Ich wusste nicht, dass du das warst am Telefon. Es ist lange her, seit wir uns gesehen haben. Ja, das stimmt. Was kann ich für dich tun, Thomas? Ich bin hergekommen, weil ich einen mysteriösen Anruf bekam. Darauf erfuhr ich vom Tod meiner Mutter. Ja, tragische Sache. Mein Beileid. Ja, danke. Aber, ups. Aber darum geht es nicht. Ich habe das Gefühl, dass da etwas nicht zusammenpasst. Ich verstehe nicht. Ich habe zu Hause bei meiner Mutter im Arbeitszimmer überall raue Stellen mit einem Hinweis auf eine Bibel gefunden. Und? Warte, ich bin noch nicht fertig. Sie hat seit dem Tod ihrer Eltern nicht mehr an irgendetwas geglaubt. Sie hat uns sogar verboten, die Bibel im Haus zu haben. Dann erfuhr ich von Nikolas, dass sie sich getauft hat. Das ist absolut untypisch für sie. Denn, dann hat sie kein Testament hinterlassen. Warum? Warum? Wenn sie sich den Aufwand macht, sie umzubringen, was sowieso noch ein weiterer Grund ist. Warum? Wenn sie plötzlich so gläubig geworden ist. So wie es mir alle sagen, müsste sie wissen, dass Selbstmord sofort die Hölle aufwirft. Kein Testament, dazu Selbstmord. Selbstmord. Das sind reichlich viele Sachen. Als wir am Tatort ankamen, haben wir nichts aus dem Abschiedsbrief gefunden. Und Selbstmord? Vielleicht ging es ihr nicht gut. Immerhin bist du damals einfach. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Ich glaube einfach nicht, dass sie sich umgebracht hat. Wenn sie sich nicht umgebracht hat, wer soll sie dann in die Schlaufe gehängt haben und den Stuhl weggetreten haben? Was war mit meinem Vater? Seit wann ist der schon so komisch? Hast du ihn nach dem Fund meiner Mutter befragt oder so? Könnte er... Thomas. Er ist dein Vater. Er kommt natürlich nicht als Täter in Frage. Er hat deine Mutter geliebt. Ja, und da spricht ein absolut rational denkender Polizist. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist. Ich weiß nur, dass der Tod seiner Frau ihn sehr mitgenommen hat. Ich habe versucht, ihn damals ein paar Fragen zu stellen. Er gab aber nur zu Protokoll, dass er geschlafen habe zu der Zeit. Das Protokoll kann ich dir gerne zeigen. Ja, gerne. Gut, ich hole es eben. Ach, der Arzt hatte noch einen psychologischen Befund geschrieben. Vielleicht hilft er da. Speichern? Warum sollten wir hier eine Speicheroption bekommen? Aber wir nehmen sie wahr. Schublade eröffnen. Eine Dose Bohnensuppe und eine kleine Pappschachtel mit einigen Fotos. 1982 Mein Vater und der Rest des Geheimrats, Gemeinderats von 18 1982. Schranktier. Ein Ressort mit drei Einbuchtungen. Scheint, als bräuchte ich irgendetwas dafür. Tja, ich würde ihn gerne wieder zumachen, damit ich keinen Ärger mit Liam bekomme. Aber nun gut. Nun gut. Der Schrank ist zu. Die Option sollte gar nicht zur Verfügung stehen. Dann ein paar alte Fotos, ein paar alte Polizeiberichte von vermissten Leuten. Die Vermissten gehen bis in das Jahr 1960, in die 60er zurück. Außerdem eine kleine Platte. Was hat sie denn hier zu suchen? Kleine Platte nehmen? Hm. Was auch immer das zu bedeuten hat. Oberes Fach. Ein paar alte Urkunden, Zertifikate. Außerdem liegen hier eine kleine Platte drin. Noch eine Platte? Unteres Fach. Er kommt wieder. Thomas Scott, die Citrix suchen doch wohl nicht etwa mein Büro. Nun haben sie ein großes Problem. Oh, das ist wohl Game Over, hm? Hm. Okay, Freunde. Dann lassen wir uns nochmal überlegen. Das Ganze ist wohl zeitbasierend. Und nun ja. Wir waren zu langsam. Also, auf ein neues. Öffnen. Wir machen das alles im Schnelldurchlauf, so schnell es geht. Unteres Fach. Oberes Fach. Oh, er kommt wieder. Verdammt. Okay, das heißt, sobald wir die Platte haben, dürfen wir uns wohl einfach nichts mehr, äh, dürfen wir einfach nichts mehr anschauen. Das wird wohl der Schlüssel des Ganzen sein. Und auf ein neues. Okay, in dem Fall schauen wir erstmal da rein. Ein Gedicht. Hier liegt auch alles Mögliche herum, was es wohl bedeutet. Neue Welt in Bildern. Feurig brennen Wälder. Regenplätschert überwiesen. Regenplätschert überwiesen. Himmlisch Liebe angepriesen. Ein paar alte Zettel und eine kleine Platte. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Wie sieht's jetzt aus? Woher soll er das wissen? Woher soll er das wissen? Woher soll er wissen, dass wir das tun? Es gab gerade keinen Anhaltspunkt. Absolut keinen Anhaltspunkt, dass wir was getan haben. Okay. Lass dich mal überlegen. Können wir raus? Nein, können wir nicht. Zuziehen. Aha. So, okay. Dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Kleine Platte. Wie viel Zeit haben wir da? Okay. War das richtig? Nein, offenbar nicht. Das war richtig. Meine Unterlagen, Schachtel. Ein Schlüssel. Der Herrscher. Ein sehr alter Schlüssel, wofür der wohl gut ist. Hat er eine ziemliche Ähnlichkeit mit dem Schlüssel, die Gerechtigkeit. Den wird sich nichts dagegen haben, wenn ich ihn mir ausborge. Sicher nicht. Zwei Schlüssel mit komischen Bezeichnungen. Der Freunde des Warbolenäußers, das war wohl etwas seltsam gerade. Der Hinweis aus dem Tresor. Der Wecker 1820. Ich muss zu Mr. Frank, vielleicht bringe ich dem Wecker noch irgendetwas. Was ist hier nur los, Freunde? Wir sind auf der dünkelen Straße. Zu einer sehr späten Uhrzeit. Und was ist jetzt irgendwo los? Bei Mr. Frank. Niemand da? Hallo? Tja, Freunde. Hier, wo wir gestartet haben die Folge, werden wir sie auch beenden. Wir suchen Mr. Frank in der nächsten Folge. Von Traumfänger. Rock your life, everybody. Cheerio. Faroь. Vielen Dank.